Die nächste Übung ist eine Variante des Armsturzes. Der Körper bildet eine Linie und der Kopf ist in der Höhepersäule. Die Füße sind weit auseinander angestellt und ihr haltet diese Übung für 45 Sekunden. Maximale Körpersprache. Als Variante könnt ihr Buchstaben in den Ball schreiben. Der Körper bleibt ruhig. Die zweite Variante, ihr stellt die Füße zusammen. Schwierigste Variante bei der Übung, ein Fuß in der Luft.